8.21 Uhr, wir sitzen im Bus zur Mole. Hier haben wir im Moment von 2,6 Meter pro Sekunde, Windrichtung ist Ost, der Wasserstand ist 3 Meter, 9.32 Uhr, Lufttemperatur ist 16 Grad, Wasserstand 3 Meter, wir sind im Biercafé. In der Werft ist die Frühstückspause zu Ende, hiermit gehts zur Insel Juist, Doris sagt dann doch lieber rudern. Die Fähre kommt an. Frieza 6. Alle wollen nach Norderney, oder auf Norderney. Die Kreuzwald, wir sitzen auf Deck 4, isst die Außenolster ohne Getränke. Wir sind auf Deck, in der Außenolster. Hier ist die Corona-Regel außer Kraft im Moment. Das war die Versorgung für Fahrzeug, die ist ungefähr 50 Minuten betracht. Bitte beachten Sie das Rauchverbot in allen öffentlichen Bereichen und auch im Ausbereich. Dauer auf den geeigneten Montosabendschutz tragen, für unsere Autofahrer anbremsen, anziehen und Alarmanlagen aussteigen. Für unsere Fahrradfahrer, die Fahrer müssen hier schön schräg angelegt sein, das ist ein Schiff und keine Straße, wir sind verantwortlich dafür. Die Rettungskreuzwald behauptet uns. Die Fußgänger, die verlassen das Schiff gleich wieder unten durch, die Eingangzahl der Rutscheiten für ihre Fahrscheine zur Kontrolle ist bereit. Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Zeit hier auf der Insel und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind auf Norderney. Wir sind im Shuttle-Bus. Der aber bezahlt werden muss. Vier Euro für In-City. Hin und zurück. Hin und zurück zwei Personen. Ne, hin und zurück acht Euro. Nur hin hier auch. Das ist noch ein ganz schönes Stück bis zur Stadtmitte. Die Nordsee. Die Nordsee. Heute kennst du den Kopf allein. Wir warten auf die Sonne. 13 Uhr. Soll sie ja erscheinen. Wir gehen jetzt zur Stadtmitte. Fußgängerzone. Schauen uns Norderney mal an. Das ist auch mal ein Tome. Soll die Tome und eine Tome fangen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Sie sind gefangen mit. Es tut mir, dass die Tome schweigen muss. Untertitelung des ZDF, 2020 Vor uns ist auch ein Kunde von Gosch. Es geht weiter. Wir waren in der Eisdiele oder im Eiskaffee in Norderney. Klabautamann, die Gulpkneipe auf Norderney. Jetzt schaue ich mal nach, wo es was gibt. Vielen Dank. Hier waren wir gerade in der katholischen Kirche. Die Gulpkneipe auf Norderney. Die Gulpkneipe auf Norderney. Wir sind bei Gosch. Sie hatten Backfisch bestellt. Danke schön. Das Kuchen ist ganz schön. Schöne Kleinigkeit. Sie haben einen guten Appetit. Danke schön. Ich wünsche euch auch guten Appetit. Jetzt ist ein wenig die Sonne rausgekommen. Zum Abschluss sehen wir nochmal den Eiskaffee in Norderney. Wir trinken einen Kaffee. Die Sonne kommt gleich um die Ecke. Noch mal ein Blick auf das Kurzentrum. Die Sonne kommt gleich um die Ecke. Die Sonne kommt gleich um die Ecke. Wir sind wieder in Hafen, an der Fähre. Der heutige Tag stand da, wir warten auf den Bus, wir warten auf die Fähre. Wir haben es geschafft, wir sind auf der Fähre. Wir sind auf der Friese A3. Aufgrund der momentan vorherrschenden Tideverhältnisse betreten unsere Fahrzeit zum Festland ca. 50 Minuten. Bitte beachten Sie während dieser gesamten Zeit zum einen das Rauchverbot in allen öffentlichen Bereichen und zum anderen bitten wir nochmal ganz ausdrücklich um die Einhaltung der Maskenpflicht hier bei uns an Bord. Diese gilt für das gesamte Schiff und somit auch für sämtliche Außendecks und Außenbereiche. Ansonsten wünschen wir Ihnen allen jetzt eine angenehme Überfahrt und auf dem Festland angekommen eine sichere und vor allen Dingen auch entspannte Weiterreise. Noch eine große Bitte an die Pkw-Fahrer uns an Bord. Bitte kontrollieren Sie Ihre Alarmanlagen und schalten Sie diese für die Dauer der Häuser. Bitte komplett aus. Schiff von der Kalkutortentwicklung Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.